Okay, und ähm, ich kann jetzt schon sagen, ich werde mit der Katharina spielen. Der Katharina spielt. Hä, was hat jetzt die Ult wieder abgebucht? Ich check die Ult. Jetzt gehe ich drauf. Ich komme mit, boah, Alter, ich komme mit dieser Blöden. Das ist so ein beschissener Champion. Wenn du dich erst mal mit, wenn du dich erst mal mit Akali eingespielt hast, kommst du einfach überhaupt nimmer klar. Jetzt hat er wieder das abgebrochen, Alter. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Das ist abgebrochen, Alter. Boah ey, so einen behinderten Champion habe ich echt mal nie gespielt. Ich glaube, Dominik ist öfter. Offizieller Sieg. 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 Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!